Baden-Württemberg Fragen für das Bundesland Baden-Württemberg Welches Wappen gehört zum Bundesland Baden-Württemberg? Eins Welches ist ein Landkreis in Baden-Württemberg? Neckar-Odenwald-Kreis Für wie viele Jahre wird der Landtag in Baden-Württemberg gewählt? Fünf Ab welchem Alter darf man in Baden-Württemberg bei Kommunalwahlen wählen? Sechzehn Welche Farben hat die Landesflagge von Baden-Württemberg? Schwarz-Gold Wo können Sie sich in Baden-Württemberg über politische Themen informieren? Bei der Landeszentrale für politische Bildung Die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg heißt Stuttgart Stuttgart Welches Bundesland ist Baden-Württemberg? Zweite Wie nennt man den Regierungschef oder die Regierungschefin in Baden-Württemberg? Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin? Welchen Minister, welche Ministerin hat Baden-Württemberg nicht? Außenminister oder Außenministerin? Huust-Michael Können eu